halloa hier weikübener mit rettas mit guter mit dem rosen geholfen und zurück zu five nights at handwells remastered ist immer noch die beta-version aber wir haben ja noch eine dritte nacht und haben wir gedacht ach komm die probieren wir jetzt aber auch noch oder dessert night wenn wir schon dabei sind vielleicht klappt ja wäre nicht schlecht handwell ich liebe dieses spiel der silma handwell macht sowieso für mich so guten stuff das musste einfach liegen noch ist alles ruhig wir müssen nur auf diese tür achten ob er kommt der runner da wird alles gut und wehe nicht ich brauche immer eine taktik die gute eine gut funktionierende mal ist es kein roh ist es ja gut 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 Leute, ich krieg schon Paranoia, verstehst? Aber nur leichte. No, nur leichte. Ich träum nachts von dieser Camp 4. Ich trau nicht. Ich trau nicht. Ich lebe nicht. Kommt er oder kommt er nicht? Mach ich sie so. Ich höre Schritte. Ihr habt gehört, die Tür ist doch zugegangen. I'm over. Blood on the dance floor. Man hört ihn. Man hört ihn. Wenn er rennt. Aber er ist so schnell. He. Jo. Renn um dein Leben. Renn um dein Leben. Wir hören ihn. Ich brauche gar nicht in die Monitore gehen. Wir hören ihn. Aber da gilt es halt schnell zu reagieren. Verstehst du? Ich trinke mal einen Schluck. Vielleicht wäre es besser. Mach die Kamera weg. Kamera verbraucht nur unnötig. Power. Power. Give me power. Power. Wäre doch gelacht, wenn wir das nicht schaffen, oder? Vier Minuten wird er für den Popo aufgenommen. Herzlichen Glückwunsch aus dem Mann. Du Oberlusche. Ich spiele so lange, bis ich die Nacht drei durch habe. Man könnte euch auf eine lange Nacht einstellen. Marblez. Na 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 na. Na na na. Na 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 na. Wir hören ihn. Wir hören ihn. Wir hören ihn. Ich kann ihn. Hear you. Das Rauschen. Halte. Hä? Hat er gedacht? Nicht mit mir. Nicht mit mir, Kollege. Aber man muss wirklich hören. Darum kann ich nicht so viel erzählen. Man muss so auf die Geräusche achten bei dem Spielen. Das finde ich gut. Really? Really? Jetzt wird es schwieriger. Es wird so schwierig. Gerade weil es jetzt lauter wird. Man hört Footsteps. Und man hört sie wieder nicht. Marbles. Das war der Runner. Ja. Denkste. Nicht mit mir. Erst weg. Normale Footsteps. Normale Footsteps. Normale Footsteps. Normale. Es wird laut. Es wird laut. Ich höre nichts. Ich lasse. Ich lasse. Was ist das? Nein couple! Ich wollte gerade aufdrücken! Holy moly! Game over! Kein Kommentar. Böse Welt. Die Welt hat sich gegen mich verschworen. Schon. Finde ich. Finde ich sind fair. Finde ich. im Oktippe, verstehst? Er so... wirklich so... Ich hoffe ihr habt es selber mal gespielt. Das Rauschen des Windes umhüllt dein lockiges Haar. Haar! Was erzählt ihr hier für eine Scheiße? Ich weiß es nicht. Sag du es mir. Normale Footsteps? Be konzentriert, rosty man. Nein! Nein! Rapunzel Schmeiß dein Haar runter. Und was zu messen. Rostyan Rostyan hat Hunger. Rostyan hat Hunger. Gut. Er lehrt auf die linken Seite. Er müsste wieder weg sein. Rostyan hat Hunger. Normale Footsteps? Kommt er! Normal. Jetzt kommt der Runner. Er schmeckt. Immer hören. Hören. Einmal. Überrasch. Neue. Es ist unfair, weil sich alle Geräusche miteinander vermischen, die normalen Footsteps und er macht ja wirklich nur ein paar Schritte und dann ist er schon da in der Office. Und das ist das Unfaire. Und wenn es dann noch ein bisschen lauter wird und die Hintergrundgeräusche, die permanente Musik oder dieses etwas lautere Geräusch, das macht es wirklich nicht einfach. Wir kommen immerhin bis 3 Uhr, aber das war es dann auch. Warum, ich erzähl mir warum. Ein bisschen frustriert bin ich jetzt schon. Überall nur Footsteps. Überall nur Footsteps. Ich höre. Es sei mir verziehen, wenn ich jetzt etwas ruhiger bin. Ich muss sie diese Nacht schaff. Wenn jetzt nicht jetzt, wenn nicht jetzt, wann dann? Ich habe mich in den Stufen. Jetzt kommt er, wo er kommt. Jetzt kommt er von links. Jetzt kommt er von der linken Seite. Und dann kommt er von der rechten Seite. Und der Runner kommt. Ich sehe es. Ich sehe es. Hab ich gerade jemand gesehen? Nein. Noch nicht. Ich brauche mal den. Komm jetzt. Jetzt kommt der Runner. Normal. Ich gucke doch mal die. Ich gucke doch mal die. Machen wir die Türe hinzu. Ich gucke doch mal die. Ich höre. Noch scheint alles ruhig zu sein. Ich traue dem Frieden. Arsch. Ich gehe doch mal die Türe hinzu. Ich gehe doch mal die Türe hinzu. Was ist das? Wo ist das? Ich gehe doch mal die Türe hinzu. Wie fies ist denn das? Was? Ha, ha, ha. Ja, Freunde. Das war Five Nights at Hanover's 2 Remastered. Die Beta. Immer noch Demo. Ich werde es noch nicht mehr weiterspielen. Ich habe es probiert. Leider hier. Schön happens. Hat nicht funktioniert. Ich bedanke mich auf euch. Ich versuche es zu sehen. Wird mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet. Ich werde mich auf dem Ross-Kanal. Bewert euch dieses Video. Schreibt was in die Kommentare. Aktiviert die Glocke. Und falls ihr noch keinen Abo auf der Abo aufs Kopf drücken. Press den Headbutton to subscribe. Ansonsten genießt ihr das Leben. Jetzt sind wir live. Habt Spaß miteinander. Ich hoffe bis zum nächsten Mal. Ich sage tschöö mit euch. Finge dir die große Euro-Sigarette. Seid gut. Bye. Sauer.